Was war das gerade? Oh, das ist ja... Oh. Öffne die verdammte Tür. Jetzt schließt sie. Nachglatzkopf. Nachglatzkopf. 100, please. Nachglatzkopf. Nicht. Ja, jetzt bin ich hier. Haha, viel falsch. Alles kaputt noch? Boah, wie schweben wir das Wasser? Was für ein Cheater? Oh, das war's. Ah, Entschuldigung, kommst du mir hierher? Wir haben gerade den Sample runter in der Testchamber. Wir haben den Antimass-Spektrometer auf 105%. Es wird ja gut, aber wir brauchen die Extra-Resolution. Ach so. Nein. Ich bin sehr interessiert, dass wir eine konklusive Analyse von heutes Sample. Ich glaube, dass sie ein paar Länge sind, um ihn zu holen. Wir warten für dich, Gordon. Das ist für dich Zeug, mein Ding. Äh, Achtung. Ich werde hier jetzt ganz schnell und dann müssen wir es machen. Ich bin froh, dass wir heute die Standard-Analysis-Procedure verhindern werden, Gordon. Ja, aber mit gutem Grund. Das ist ein RARE-Opportunity für uns. Das ist ein RARE-Opportunity für uns. Das ist der größte Beispiel we've seen yet. Und, potentially, the most reinstated. Now, if you'll follow standard insertion procedures, everything will be fine. I don't know how you can say that, although I will admit that the possibility of a Resonance Cascade scenario is extremely unlikely. Gordon doesn't need to hear all this. He's a highly trained professional. We've assured the Administrator that nothing will go wrong. Ah, yes, you're right. Gordon, we have complete confidence in you. Well, go ahead. Let's start my name. Das weiß man erst als Sport. Jetzt wird die Türke öffnen, die in Klausch nur einen Millimeter breit ist. Was soll ich jetzt hier machen? All right, Gordon, your suit should keep you comfortable for all this. The specimen will be delivered to you in a few moments. If you would be so good as to climb up and start to rotate this, we can break the Antimus Spectrometer to 80% and hold it there until the carrier arrives. Oh, Ach so we were done. Oh, we have to... Jetzt kommt da eine riesen Weißwurst raus. Angriff der Weißwurst. Weißwurst aktiv. Oh, ach! 3, 2, 1 Licht! Das ist doch irgendwo verschwindet. Stage 2 ist 2. Activating. Now. Gordon, we cannot predict how long persistent in operating this level and clean. Work as quickly as you can. Any capacitors to one or not? Come on, you're doing. It's probably not a problem. Probably, but I'm sure there's no discrepancy. No. No. It's well-meaning. Sustainable. Sustainable. Thank you. I'm just feeling informed that the sample is ready, Gordon. It should be coming off to your convenience. Look to the delivery system for your specimen. How? Look at him! Gordon! Get away from the shutting downs! Captain, shut it up! It's not! It's not! It's not! It's not! It's not! It's not! Turn the clock! What's that? Was ist das? Hast du irgendwas rausgefunden? Haha, ich hab noch 72 Leben, da bin ich wohl nicht tot. Da lebe ich noch. Tot, aber ich lebe noch. Ich bin gestorben, hab's aber überlebt. Cool. Ihhh! Ekelig. Au! Was ist das für Scheiß? Ihhh! Unversehene Konsequenzen. Oh mein Gott, er ist tot! Aber ich hab's überlebt, ne? Nah- Was macht sie da? Der Weißwurst, er ist tot! Ja klar, der hier, äh, der hat hier höchste Schutzpanzer und der hier nicht, der hat einfach große Stoffe und so. Ey, da lebt ihr noch. Hallo. Alter, schön das kennen wir, glaube ich. Leben sie noch? Scheiße. Ja, da war ja auch eine neue Fahrt, die sind wir hier auf jeden Fall. Alter, sehen wir sie noch. Ja, da war ja auch eine neue Fahrt, die sind wir hier auf jeden Fall. Oh, please, get to the surface as soon as you can and let someone know we're stranded down here. You'll need me to activate the retinal scanners. I'm sure the rest of the science team will gladly help you. Access. Access. Denial. Access. Waffe hier oder so. Oh, shit. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich bin der blöde Biss. Hallo. Bist das du? Oh, im Leiter. Ich bin fix wie in Call of Duty. Ich bin so schnell mit dem Leiter hochklettern wie... Du bist hässlich. Was? Bist du hässlich? Ich dachte... Ey, ich töte ihn jetzt mal, damit ich die Pistole kriege. Pistole dabei oder so? Die Monster sehen mich irgendwie an Dimension 2 hier auf dem DS. Das sahen die auch irgendwie so aus. Hey, du wirst mich bisher gefressen, aber ja. Ha! Ach ne, das sind die Men... Das sind die Menschen, die haben sich da... ...die Viecher... Ich hab irgendwie ein bisschen wenig Leben. Hat der mich beschossen? Ich hab nur noch zwei Leben, der... Mittag. Scheiße, weiß immer Gott. Oh ne Soda. Scheiße, geht nicht. So, woher jetzt hier lang geht's? Ich brauch irgendwas...